Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit den Games with Gold für den Januar 2018. Den Anfang macht im Januar vom 1. bis zum 31. die unglaublichen Abenteuer von Van Helsing Teil 3. Und vom 16. Januar bis zum 15. Februar bekommt ihr dann das Spiel Zombie. Kommen wir nun zu den beiden abwärts kompatiblen Titeln. Vom 1. Januar bis zum 15. bekommt ihr hier Tomb Raider Underworld. Und dann vom 16. Januar bis zum 31. Januar erhaltet ihr Army of Two. Ich möchte dich wieder darauf hinweisen, dass du diese Spiele nur mit einem gültigen Xbox Live Gold Abo erhältst und natürlich auch spielen kannst. Und ich hoffe, dass dieses Video dir einmal wieder weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen da oben da. Abonnier auch meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltest du nur noch Fragen dazu haben, dann einfach ab damit in die Kommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen, ich danke fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers! Ausatmen Aufatmen Aufatmen Bis zum nächsten Mal.